Gleich mit Anpacken durften die Kinder in der Gemeinde Hülben. Hier entsteht ein Kinderhaus, der Gottlob-Lang-Kindergarten und sogar eines der größten Kinderhäuser im Landkreis. 98 Kinder des Evangelischen Kindergartens haben den Anfang dazu gemacht. Mit Spaten und Helm ausgestattet, machten sie sich an die Arbeit. Mit guter Laune beginnt also der Bau des Kinderhauses, in dem sich unsere kleinen Mitmenschen bald hoffentlich so wohlfühlen können wie zu Hause. Haus!